Verbrechen lohnt sich nicht, heißt es landläufig. Und die aktuellen Zahlen der Polizei scheinen das zu bestätigen. Das gilt im besonderen Maße für Mord und Totschlag. Aber auch Ladendiebe haben, zum Glück, kein leichtes Leben. Der Zwickauer Polizeisprecher Jan Meinel hat ein paar konkrete Zahlen herausgesucht. Wir sind nach wie vor stolz, dass wir mit Fugt und Recht behaupten können, dass der Landkreis Zwickau und der Fugtlandkreis, also diese zwei Landkreise, die wir als Polizeidirektion Zwickau betreuen, nach wie vor die mit am sichersten einzuschätzenden Gebiete sind im Freistaat Sachsen. Das hat sich also über die letzten Jahre kaum verändert. Unsere Aufklärungsquote liegt bei über 57 Prozent sicher. Wir wären stolz, wenn sie noch ein bisschen höher wäre. Aber insgesamt gesehen leben die Menschen hier in Südwest Sachsen sehr, sehr sicher. Und darauf können wir tatsächlich stolz sein. 57 Prozent Aufklärungsquote. Um diese Zahl zu verstehen, muss man die einzelnen Bereiche der Kriminalität einzeln betrachten. Bei einigen Delikten kann man schon fast die Hand dafür ins Feuer legen, dass sie aufgeklärt werden. Mord und Totschlag zum Beispiel. Aber auch Ladendiebe sollten die Rechnung nicht ohne die Polizei machen. Und auch nicht ohne die Detektive und Kontrolleure. Sie müssen sich das so vorstellen, wenn ein Ladendetektiv beispielsweise beim Ladendiebstahl jemanden beobachtet, dann hat er natürlich auch in der Regel sofort einen Täter. Also wird bei Ladendiebstähnen, genauso beim Schwarzfahren irgendwo mit der Bahn, mit der Straßenbahn, wird die Aufklärungsquote immer bei nahezu 100 Prozent liegen. Ausnahmen bestätigen da sozusagen die Regel. Und auch die Mordfälle, die wir hatten oder die Fälle in Sachen Totschlag im vergangenen Jahr 2013, die sind alle geklärt worden. Also auch hier gibt es eine Aufklärungsquote von 100 Prozent. Und auch hier gibt es eine Aufklärung.